Und wenn ich jetzt von nichts getroffen werde, dann... NEIN! Wieso habe ich es gesagt? Wieso habe ich es gesagt? Wieso habe ich es gesagt? Betrug. Betrug. Betrogen. Doch, dass ich sogar richtig betrogen werde. Das ist doch kein richtiger deutscher Satz. Oh Gott. Oh Gott, egal. Die will ich mal flachlegen, Digga. Ich schröre. Oh, sorry. Sorry, das war wirklich gemein. Nein, bitte nicht. Nein, 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 nein. Das ist doch ein Scherz. Hau ab. Oh, der ist ziemlich dunkel. Kann das sein? Aha, deswegen heißt er wohl Darky. Warte, 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 was war das? Was war das denn für ein Rotz? Wie viel wiegt ein Hipster? Hipster. Wie viel wiegt ein Hipster? Genau, ein Instagram. Aha, aha, aha. Wieso? Wieso nach hinten? Ich wollte nach... Und wieso? Was? Was ist jetzt passiert, Mann? Viele. Hey. Wem wollt ihr behalten? Hey. Oh Gott. Was ist da los? Florian, das ist ein Zuschauer, oder? Oh, du dreckiger... Nein. Yes. Yes, ich bin erster. Oh Gott, war das gut. War das gut, Leute? Oh, 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 oh. Oh. Gott. Leck mich am Marsch. Ich komme ihm richtig nahe. Aber ich bekomme einfach nur Münzen. Oh, Alter. Der war fies. Hört doch auf. Einmal ist gut. Nur weil Mexiko rausgeflogen ist aus der WM, musst du mich hier jetzt nicht abknallen. Oh nein. Ey, ich habe megamäßig Pech, kann das sein? Mit Münzen kann man sich ja auch schöne Sachen kaufen, wie zum Beispiel ein paar Donuts. Möge eigentlich... Ha, 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 gut. Ey, die Team... Komm jetzt... Ey, der Teamwax war jetzt nicht so schlecht. Ähm, möge eigentlich Donuts? Ähm... Was möge ich für Donuts? Oh Gott. Hoffentlich fahre ich jetzt nicht einen Scheiß zusammen, wenn ich über Donuts rede. Ja, genau. Äh, genau. Ich wollte es auch mal zeigen. Seht ihr? Hier kann man unten durchnehmen. Hey, ist das nicht cool? Ich habe mich extra treffen lassen, damit ich das auch mal zeigen kann. Äh, super, eine Bombe. Ohohohohoho, das war jetzt gut. Oh Gott, das war weniger cool. Nein, nein, überhol mich noch. Alle überhol mich noch, das gibt's nicht. Screen. Wie? Wie war mein Bombe getroffen? So, nein, 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 nein. Aber wenn man nicht nein sagen muss, ich an diese 10-Stunden-Version von Hitler denken, indem man immer nein, 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 nein sagt. Und wer ist Weltmeister geworden? Genau, Spanien. Aha, schlechter Witz. Gott, du Kla... Oh Gott, die... Die... Die fliegt mir in die Nase rein. Was ist das für eine scheiß Fliege? Ey, Ofuyu. Äh, es gibt hier... Ofuyu. Soll ich nicht über Ventilatoren reden? Keine Angst, ich will jetzt nicht Schlagwerbung für irgendwelche Atomventilatorenhersteller machen. Aber der Atomventilator ist gleich mein bester Freund hier im Sommer.